Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute testen wir den neuen Isagamaru Modus von PUBG aus Resident Evil 2. Was das jetzt heißt werden wir jetzt sehen. Aber allerdings kleinen Zusammenschnitt mit den Highlights des Videos. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, der neue Modus ist wirklich geil. Also ich kann mich nicht beklagen, eigentlich schauen, aber ja, es macht das trotzdem viel Spaß. Die einzigsten Punkte sind entsprechend, halt, dass es meistens zu viele Zombies werden und dann auch noch halt unübersichtlich, wenn man auf die Bosse, auf die Zombies und auf seine Gegend achten muss. Und was auch gut ist, man bekommt von den Zombies Waffen, Arzneimittel, Bondagen, Erste-Hilfe-Koffer, ja, vieles. Und auch, es gibt viele negative Sachen, zum Beispiel, ich bin letztens wirklich in ein Zombie reingelaufen, wo er gerade gespawnt ist, direkt in mir. Also er ist ganz in mir gespawnt und ich bin dabei gelaufen, was passiert. Natürlich glücklich mich in ihn hinein noch mehr. Dann geht sich durch die Map. Ja, dann hat sich der Arsch gerade gezogen. Aber ja. Was denn noch? Boah. Ja, die ziehen sehr viel Leben und die können Sörer spucken oder so. Okay, na ahnung, was das ist. Das ist die Emergency Broadcast System. Die CDC ist advising Drei. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.